jo da ist der gusua wieder ja und er macht wieder komischerweise nicht ein standardmäßiges begrüßungssprüchlein sondern immer so wie es ihm gefällt haha ja da hatte ja am anfang auch naja dann lasst ihr doch mal ja irgendwie so ein spruch einfallen oder sowas der immer gleich bleibt nö ich bin ich bin halt wirklich dieser der wie soll ich sagen who cares also das machen ja alle anderen auch ja und egal was soll es also von daher wisst ihr ja selber deswegen liebt ihr mich ja haha so für gusua der pro also wie es geht ja wieder schön um angriffe oh yeah man geil das ist ziemlich geil ja ok cb leer das sieht ziemlich lecker aus und wenn ich auf die zeit gucke wird es knappe nummer gewesen sein klar sonst wäre natürlich nicht so viel zeit ausgelaufen oder er hätte vielleicht eventuell ein connection lost aber da wollen wir jetzt mal das mal nicht hoffen king ist hier schön zu schnell king ist hier schön dabei aber guckt mal wie schnell die troops dann doch das zeitliche gesegnet haben obwohl wir hier natürlich noch schön die pecker haben golems sind leider leider nicht vorne ist natürlich schade der minenwerfer hat es aber trotzdem anvisiert ist natürlich geil king lebt immer noch was halt wirklich hier in dem bereich echt wichtig 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 ist der kann halt eben wirklich was der tank gut der haut gut drauf und der ist halt wie ja wie so ein golem halt zusätzlich noch hier haben wir noch schön zwei packers ja zwei packer hins am start und hier ja das ist pille palle die magier sind dann halt down ist halt nicht anders aber hier ist noch schön alleine wegen dem loot würde man ja sagen okay kommen den kann man noch mitnehmen aber nein da wurden schon einfach mal 500 von beidem gezogen was natürlich ziemlich nice ist so king wird jetzt gleich down gehen guckt euch das bitte an da ist er down da ist er leider down aber peckers reißen hier den rest ja komm hier zack läuft auf jeden fall so jetzt genau wtf warum sagt sich einfach mal naja ok doch es ist ja so es ist ja so dann geht natürlich der golem auf die tesla weil ich dachte nämlich gerade warum geht der golem nicht auf das gold lager aber klar tesla steht noch dann ist das natürlich klar wie war das noch mal mit den truppen welche truppen gehen denn alle schön auf die dev also ich würde mal sagen angefangen jetzt jetzt mal ganz ohne witz ich habe die truppen jetzt gar nicht vor mir im kopf ist schlimm also auf jeden fall geht der schweinereiter auf die dev dann geht der lun auf die dev dann geht der golem auf die dev dann geht natürlich der lavahund in dem fall auf die dev und gut überlegen was haben wir noch was haben wir noch jetzt muss ich echt mal scheiße aber das ist ja einfach wirklich dieses auch gucken wir mal gucken wir mal wie ist denn das wie ist denn das exe nicht so der war schon wie gesagt der lun geht richtig schön los auf jeden fall das passt so gucken wir weiter füge so richtig geil mein erster queen walk füge so vom max Ist man natürlich dann gleich gespannt ist man natürlich dann gleich richtig gespannt vorteil natürlich für dich du hast ja halt einfach wirklich die ecke ausgesucht wo halt wirklich gleich das dunkle ordentlich liegt das heißt also da hast du kein ärger und jetzt muss ich gerade mal gucken inferno da und im zweiten inferno gibt es gar nicht sorry ich will mal kurz gucken nicht dass es dann heißt hier der gozo hat ein inferno übersehen Ne scheint wirklich jetzt so der scheint nur ein inferno zu haben Ist natürlich jetzt auch nicht so verkehrt für den gegner natürlich läuft so und Jetzt muss man hier halt wirklich gucken wir haben hier jede menge einzelschaden und luftabwehr muss dauernd auf jeden fall und du hast kein rage drin also du hast kein rage spell mit dabei der hätte dir natürlich hier jetzt noch mal richtig den arsch gerettet weil so viel lief ja hier noch nicht Ich mal gespannt Also wie gesagt tipp an dich max wenn queen walk dann immer noch den ein oder anderen rage mitnehmen besonders mit einer siebener queen die kann halt einfach noch nicht so viel ganz klar Du hättest einfach Sag ich jetzt einfach mal du hättest noch mit den anderen truppen ja auch was reißen können du hättest hier wirklich diese flanke noch aufreißen können und reingehen können aber Gut, okay ich denke mal du hast dir gesagt gut. Okay, ne adler artillerie will ich mir jetzt nicht unbedingt antun Könnte sein Oh krass das licht aus sorry mit der facecam es tut mir voll sorry Der pro haut noch mal raus Ja ist fast Ja Ja ganz ehrlich dass wir wir hauen es mal auf viel raus weil es halt wirklich nicht gebartscht ist aber ansonsten ist das halt eben Ja das ist Durchschnitt kann man doch echt sagen das ist das ist durchschnitt so da Ist das Vollkommen okay war natürlich sehr Overkilled auf jeden fall das hätte nicht sein müssen sage ich mal aber ansonsten passt das schon Aber so für ein test für ein cw sage ich mal kann das ja schon gut durchgehen Er bekommt zwei millionen Nee Wie gesagt Finden die anderen garantiert auch nicht so lustig Aber Aber der name der name ist wiederum ziemlich geil und Viele werden jetzt sagen wie Warum Sebastian ja Und ich kann nur dazu sagen Wie ist ich glaube ich glaube das gegenstück dazu hieß da ja Was erzählst du für eine scheiße nein und zwar Kennt ihr doch garantiert alle die Bastian pastefka folgen auf jeden fall alter das mit der facecam ist so schlimm krank Ähm die Bastian pastefka folgen so und da ging es darum er war im restaurant Und er wurde von einer dame Ja bewirtet die ein ja einen ausländischen namen hatte die Hieß glaube ich hin da ja und Er fragte noch mal glaube ich nach wie wie heißen wie heißen sie in da ja Okay und dann machte er sich darüber lustig Und dann sagt er halt hier ja wir möchten was bestellen und hier ich bin der Sebastian und meine frau die Und so weiter und die fand das halt absolut gar nicht lustig und rassistisch Und daher wird das garantiert kommen und das finde ich natürlich wieder geil aber trotzdem Hör auf mit dem scheiß mit zwei millionen zu schreiben so sieht's aus aber trotzdem ist der name geil Du hast jemand anderem im Schlimmsten fall in richtig geilen rate rausgekloppt und dass wir halt echt unschön hier sowas wollen wir sehen Und guckt mal da ist sogar ein bowler dabei Wobei ich ja wie gesagt sagen muss bowler Aber gut das ist das ist meine meinung wird vielleicht auch noch mal Irgendwie gefixt dass es vielleicht noch mal ganz anders läuft sind wir gespannt Gucken wir mal was da kommt vielleicht kommt auch richtig richtig geile taktiken bei rum mal schauen So hier jetzt die bowler im hintergrund Außen brauchen wir jetzt nicht wir 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 gucken jetzt wirklich hier das so das innere hier weil wir sagt außen rennt bartsch rum Die kommen natürlich sie kommen natürlich weit aber wenn man halt überlegt Wie viele bowler da auch im Im spiel jetzt waren so zack 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 mach weiß das nicht Aber es wird natürlich gut gerade hier rasiert so so ist es nicht also das geht schon Draußen wurden natürlich auch die truppen rasiert Von dem firestorm Ja nice also hier der heiler macht natürlich noch mal richtig 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 geil seine arbeit würde ich sagen Da läuft hier mal richtig cool Schön und jetzt wird es nämlich interessant klar jetzt geht natürlich keinen heil vorgang mehr klar wir sind natürlich im bereich des infernos Da kann nicht geheilt werden Und Queen regelt das hier schön mit dem inferno Knallt den schön gegen die wand Geil dass der king raus geht das ist natürlich jetzt hier so der special moment Wo man halt wirklich sagen kann gut okay das lohnt sich immer richtig queen wird eiskalt Ausgeschaltet auf jeden fall Zack Zack und der bowler macht hier auch noch sein ding aber wie gesagt Guck mal wie lange der sitzt und macht und tut Weiß ich jetzt nicht ob das jetzt toll ist hier die queen wird wieder schön hochgeheilt Alter du hast auch ein bisschen luck gehabt oder aber war halt echt ein mega geiler loot Ein geiler fight auf jeden fall und die queen ist wieder komplett da also ganz ehrlich also der heiler Hatte echt eine schlüsselrolle in diesem fight auf jeden fall hashtag schlüsselrolle für heiler Oh ich glaube ich nehme die facecam raus also wenn ihr die facecam nicht drinnen seht dann wisst ihr es war definitiv zu hell und Mist Es ist halt einfach zu früh bloß ich wollte euch halt definitiv videos bringen ganz einfache sache Und dann ist es im schlimmsten fall halt ohne die facecam so jetzt gucken wir hier nochmal truppentechnisch Was wir hier noch raus bringen Aber vielen vielen dank für den angriff vom firestorm Das ist eine geile sache Ja da haben wir noch genug da haben auf jeden fall noch genug das sehen wir dann im nächsten video ich hoffe es hat euch gefallen ihr haut rein